Moin Leute, StarCrom hier und es ist wieder soweit. Es gibt wieder gratis Rust Skins zu bekommen und zwar über Twitch. Ich habe euch in der Videobeschreibung unten mal den Link verlinkt und zeige euch mal eben, wie das Ganze funktioniert, wie ihr euch die alle abholt. Die sind nämlich alle gratis und sind echt sexy. Wenn ihr durch dieses Video auf die Rust Skins aufmerksam geworden seid, würde ich mich freuen, wenn ihr mir als Dankeschön ein Abo dalasst. Ich mache regelmäßig Rust Content, also wenn ihr gerne Rust Videos guckt, gerne bei mir ein Abo dalassen. Jeden Sonntag 18 Uhr kommt ein neuer Rust Movie bei mir. So, wenn ihr auf den Link geklickt habt von mir, kommt ihr auf die Seite von Twitch und Facepunch zusammen und dann klickt ihr einmal hier unten auf Drops und seht dann hier die ganzen Skins, die es hier zu holen gibt. Es sind jetzt hier sieben Stück, die kann man sich alle abholen, plus noch zwei weitere, die man sowieso nebenbei bekommt. Ihr seht zum Beispiel hier bei Kamomo, wenn ihr auf den Skin einmal klickt, kommt ihr auf den Twitch-Kanal von diesem Kamomo. Den müsst ihr dann zugucken und zwar steht das dann hier drei Stunden. Wenn ihr die drei Stunden zugeguckt habt, müsst ihr bei eurem Twitch-Inventor Sammeln drücken und danach könnt ihr dann zum nächsten Streamer gehen und da schauen. So sammelt ihr euch die ganzen Skins zusammen und könnt die halt einfach gratis euch abholen sozusagen. Dann müsst ihr hier euren Twitch-Account mit eurem Steam-Account verbinden. Dann drückt ihr auf Connect Accounts, einfach wenn ihr noch keinen Twitch-Kanal habt, euch einen erstellen. Wenn ihr auf Playstation spielt und keinen Steam-Account habt, könnt ihr euch auch einen Steam-Account einfach am PC oder am Handy erstellen und könnt euch die Skins auch so abholen. Und solltet ihr dann mal irgendwann auf PC spielen, Rust oder so, könnt ihr die dann noch benutzen, weil die bei euch gespeichert sind. Ich hoffe, euch hat der Tipp geholfen. Ihr könnt euch die Skins entspannt abholen, sind echt ein paar coole Skins dabei. Und wenn ihr in Zukunft auch daran erinnert werden wollt, wenn Twitch-Drops wieder kommen oder was weiß ich, irgendwas Besondere, Events in Rust, gerne mir ein Abo dalassen und ein Like. Würde mich freuen. Gerne auch generell mal auf meinem YouTube vorbeischauen. Ich mache immer Rust-Movies. Jeden Sonntag, 18 Uhr, kommt ein neuer Rust-Movie raus. Diesen Sonntag kommt ein ganz sexy Drap-Base-Movie raus. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Wenn ihr Fragen zu Rust habt, gerne mal auf meinem Discord vorbeischauen, auch oben in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit den Skins und lasst euch nicht frustrieren von Rust. Bis zum nächsten Mal.